Wo warst du denn, Kurt? Das hat ja ewig gedauert. Vier Tage bis zum Angriff. Das ist übel. Ja. Kurt, komm hier rüber. Was hast du da unten gehört? Sag mir, wo die Ratten sich verstecken. Hier habe ich die Musik gehört. Ah, sie tanzen auch noch. Unauffällig sieht anders aus. Halt, was hast du da unten gehört? Der erste Mal, wenn du jemanden verletzt, alles verletzt. Du bist mit Gedanken, die rund und rund gehen. Einige Menschen hier erleben die Möglichkeit zu töten. Ich bin nicht. Wer sind wir, um zu sagen, wer ist und wer ist? Das ist Gott's will, nicht unsere. Du beginnst zu machen promises zu dir. Promises zu machen, zu leben, zu leben, zu leben, zu werden, zu werden. Wenn ich diese Kriege überlebt bin, bin ich ein Schritt weiter zu der Somme. Ich werde irgendwann meine Transfer. Ich werde endlich sein können, unser Junge zu finden. Ich werde ein paar Fotos geben. Und zurück nach einem Hero. Das ist was der Major hat gesagt. Aber er hat gesagt, dass ich die Kriege fotografiert habe. Er hat gesagt, dass ich sterbe. Ich werde älter, Katrin. Ich bin kein Soldaten. Gut. Ich gelbe, ich bin nur bei ihm. Ich weiß, was ich überhaupt mit ihm bin. Ich werde ihn auf jeden Fall sein. Vielleicht, ich habe ihn zu tun. Entschuldigung, Herr Wörter gewinnen. Schülpen! Kbar, Herr Wörter. Daher! Bis hier! Wir sind! Keine Narbe. Für mich, Harry! Für King! Für Country! Für Glory! Come on, Harry, he's just marked! Get those knees up, man! Harry, come get down and wait for them to re-go back! Harry, get your camera! Time to do your job! Get a photo of this! The Major and his men stare death in the face! The skies are off, boys! Push forward! Wasser, Kurt! Wasser! Keep up her and balance! Yes, to the Vassana! The Major and his men are off! The Major and his men are off! Kurt! Kurt, watch out! Joe! Sniper! We need to move, Harry! Now! There you are, son! How are you holding up? All the fun of the fair, eh? Need to get to those machine guns! Keep Harry! On me! Don't stray too far now! Ah, Ritz! Stay undercover, Harry! We move now and we're dead! They come near, Kurt! I need more ammunition! Pull the ammunition out of the equipment! In the room behind me! Help me! Let's go, Harry! Let the crew go! I'm sorry! Take away! Der Generator ist hin. Du musst ihn reparieren. Das Kabel, Kurt. Such Bruno. Der hat eins. Oh, die Munition aus dem Versorgungsabzug. In dem Raum hinter mir. Klasse. Gut gemacht. Der NG-Runition kommt sofort. Oh, die Munition aus dem Versorgungsabzug. Ab nach draußen mit dir. In dem Raum hinter mir. Wir halten den Eingang. Da. Der NG-Runition kommt sofort. Boss. Bastards. Das Maschine verletzt mich. Der Schmuck. Das ist unsere Chance. Jetzt, Harry. Sie wissen wir sind hier. Bleib auf. Harry. 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 Wir können hier nicht bleiben. Wir müssen uns gehen. Um, 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 um... ... This is it! Forth for the Empire! We read about it in books. The white light, surrounded by the dark. Was I dead? Worse, I was still at Vimy. Tyson! Kurt! Help me! Geh, find the light, young. Kurt! Back in the tunnel! I'll hold you here! No! Ugh! No! What's that? No! 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 Ich kann nicht mehr durchlaufen, schau ihn. Jerry's got me as fuck Foxes. Sie kommen. Ist das eine Katze? Das Blödevieh ist im Weg. Feuer! Es sind einfach zu viele. Ein Zug! Wir sind genau dort. Carlos! energies ausdecken, Jetzt bin ich schockiert. Ich wusste nicht, was was passiert ist. Dieser Mann war der Gegenwart. Er könnte mich schocken, aber er hat nicht. Liebe Katrin, ich habe überlebt, obwohl ich so gemacht habe. Ich habe das Leben von dem Mann, der mich schockiert. Der Herr arbeitet in mysteriöse Weise. Also, ist das nicht sicher? Verstehst du? Nicht sicher. Wir müssen weg. Entschuldigung, ich verstehe nicht. Was ist passiert? Wie ist es entscheidend? Oder ist das nicht sicher? Was tut das nicht? Ich verstehe nicht. Lass uns die Gefahr wiederzugeben. Auf zum Schluss. Die Gefahr wieder. Oh, Mensch. Abgeschlossen. Geht's nicht weiter. Sie bombardieren das Gebiet. Es ist viel zu gefährlich. Geht's nicht weiter. Geht's nicht weiter. Geht's nicht weiter. Nur Ratten. Los, komm! Beeilung! Hier lang! Komm, hilf mir mal! Geht's nicht weiter. 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 Ich habe das Gefühl, dass ich das favoritze. Ich dachte, dass ich das favoritze. Und so, wir sind in der Nähe des Untergrund. Er ist ein guter Mann. Er hat eine schrecklich-injurte Bird, die er zurückkommt. Es ist gut. Aber ich habe nicht den Hör zu stoppen. Danke. Vielen Dank. Du hast mir das Leben gerettet. Sorry. I don't understand. What's going on? Die Bombardierung hat aufgehört. Wir sollten uns mal umsehen. Ich habe das Gefühl, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Was war ich denn? Er war ein German. Wir waren in der Kriege. Nur, dass wir irgendwie nicht sind, wir waren wir. Wir haben ein Essen. Wir haben Essen. Aber wer kann sagen, woher das nächste Essen kommt? Wir sind nicht so, Wir haben es eine Zeit langsame Zeit, in search of Wasser. Komm, hilf mir mal. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Hier gibt's Wasser. Kannst du mir helfen, den Eimer nach oben zu tragen? Verstehst du? Eimer? Hilf mir. Ja. 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 Komm, hilf mir mal. Komm, hilf mir mal. Wir waren nur ein paar Leute, die suchen zu essen. Nur, dass wir nicht irgendwie, wir sind nicht enemies. Ich bin Harry. Harry. Aber ich verstehe dich nicht. Harry. 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 Ah, Harry. Ich heiße Kurt. Though I never believed it would, the bird has made a full recovery. Unable to escape, it now flies from the buoy to me and back again. It's quite remarkable. I've never seen anything like it. I think we all lost track of time down there. Days passed. Maybe even weeks. Food is low. Water almost gone. If this letter finds you, know that we tried. And please tell Luzi. The End The End Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt erkenne ich diese Tunnel. Hier muss irgendwo Sprengstoff sein. Sieh mal diese Schilder. Die Pioniere benutzen diese Tunnel. Dann muss es hier auch Sprengstoff geben. Ich habe die Sonne gesehen. Ich wusste, dass wir diese Strecke durchführen müssen. Harry, komm, hilf mir mal. Sprengstoffe 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kurt found what looked like explosives, real TNT. If we could find a place to use them, we could get out of here. I don't know if we could find a place to use them. I never truly understood the German, but there was one phrase he kept repeating. I kept telling him, thank you, hero. Danke, hero. I wanted him to understand he saved my life. And I think I understood that I was no hero. When that roof came down... If he had not pushed me out of the way... Hell, he tried to run, and he just kind of tripped into him. I do not think I would live to write this. Hell, if you wanted to see me as a hero, fine. Who was I to argue? It's strange to think we will never see each other again. Go back. I'll put the spray stuff. Wait. Let me get a picture first. A photo? Photo? So please go, folks. He is my dad. Leave me alone. He is said. He is a good job. I am a good job. He is a good job. He is a good job as a Abdul안dating hammer. He is a good job. He is a bad job. Vielen Dank.